UNTERTITELUNGEN 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 Als Ray Holland auf mysteriöse Weise aus dem Betondschungel New Yorks ins mystische Land Äthia transportiert wird, entdeckt sie, dass sie plötzlich über magische Kräfte und neue Talente verfügt. Hierunter die Fähigkeit zum magischen Parcours, mit dem sie flink durch die heimtürkischen Gebiete Äthias reisen kann. Zu Beginn ihrer Reise muss Ray erst die Fähigkeit Lauf meistern, durch die sie sich rasend schnell bewegen kann. Dies ist der erste Schritt für komplexere Bewegungsmanöver. Um ihre neuen Fähigkeiten auszunutzen, muss Ray auch lernen, ihre Ausdauer aufrechtzuerhalten. Wenn sie ihren magischen Parcours nutzt, verringert sich ihre Ausdauer langsam und schränkt ein, welche Kräfte sie einsetzen kann. Einige Fähigkeiten helfen dabei, ihre Ausdauer zu regulieren. Rausch zum Beispiel ermöglicht Ray nicht nur einen schnelleren Lauf durch die Entfesselung von Energiestößen, sondern auch die Wiederherstellung ihrer Ausdauer. Mit Tänzeln kann Ray rapide beschleunigen, indem sie große Distanzen mit einem einzigen Sprung zurücklegt, ohne Ausdauer zu verbrauchen. Durch den Abschluss von Zauberkunst-Herausforderungen verbessert Ray ihre magischen Parcours-Tricks, reduziert ihren Ausdauerverbrauch oder erhöht das Wiederherstellungstempo ihrer Ausdauer. Die Meisterung dieser Techniken sorgt dafür, dass Ray ihre Kräfte immer verfügbar hat. Ray kann sich der Schwerkraft widersetzen und lernen, wie man schweht. Durch diese Fähigkeit wird jeder Fall abgefedert, auch aus extremen Höhen. Die Flüsse und Seen-Atheas kann Ray dank ihrer Fähigkeit Gleiten ebenfalls problemlos überqueren. Frays Parcours-Tricks eignen sich nicht nur zur Fortbewegung, sondern auch zur Verteidigung. Ein gut getimter Einsatz von Warp erschafft ein magisches Spannseil, mit dem sich Ray aus der Gefahrenzone ziehen kann. Mit dieser Fähigkeit erreicht Ray auch weiter entfernte Orte. Athea ist übersät mit aufragenden Gebäuden und Landmassen, die Ray überwinden muss. Mit Aufstieg kann sie sich von Oberflächen abstoßen und vertikale Höhen durch mehrere schnell aufeinanderfolgende Sprünge erklimmen. Mit der Fähigkeit Klettern kann Ray Phantom-Trittflächen erschaffen und so ungeahnte Höhen erreichen. Klettern ist auch wichtig für Frays Defensive, denn es hilft ihr dabei, den gefährlichsten Bestien Atheas geschickt auszuweichen. Wenn Ray ihre Parcours-Tricks gemeistert hat, kann sie diese mit ihren magischen Kampffähigkeiten kombinieren und so gewaltige Kräfte erlangen, durch die sie es mit den endlosen Bedrohungen in diesem wunderschönen und doch tödlichen Land aufnehmen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017